Mama, ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich bin im neuen Creepypasta-Lunch-Eisberg. Es ist kein Spaß, der verstörende Horrorfilme und Dokumentationen-Eisberg erklärt. W-W-Union-Chat, W-Union-Chat. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich kann's selber nicht glauben. Auch wenn's nur vier Minuten oder so sind. Ich habe im Laufe der letzten Tage so unfassbar viele verstörende Horrorfilme und unfassbar verstörende Dokumentationen durchgeguckt, um euch heute einen ganz besonderen Eisberg bieten zu können. Und zwar habe ich heute für euch den Eisberg der verstörenden und gruseligen Horror- bzw. Dokumentationsfilme. Ich bin so happy, Alter. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ey, Shoutout Creepypasta-Lunch. Leute, wir bewegen... Ich hab's sogar versucht, ein paar Memes einzubauen. ...un heute einen Eisberg hinab, der von Ebene zu Ebene immer und immer und immer schrecklicher und verstörender wird. Die Filme zu Beginn des Eisberges werden euch wahrscheinlich noch bekannt vorkommen. Wahrscheinlich werden das Filme sein, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt, aber sehr, sehr... Ey, Trixi, dankeschön. Trixi spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Trixi. Schon ab Ebene 3 kommen wir in unfassbar verstörende und widerwärtige Gebiete. Ey, Raffi, du hast 5 Euro donated bekommen. 5 Euro gehen an meinem Mod Raffi weiter. Am Ende dieses Eisberges werdet ihr wahrscheinlich denken, dass The Human Centipede oder zum Beispiel Saw nette, freundliche Familienfilme sind. Denn das, was uns in den tiefsten Ebenen dieses Eisberges erwartet, ist grausamer als alles, was ihr jemals zuvor gesehen habt. Ihr werdet mit euren kleinen Kindern sauer schauen. Also, ich hoffe, dass ihr euch jetzt zurücklehnen könnt, aber eine Sache solltet ihr bedenken. Denn ähnlich wie diese Filme grausam sind und schrecklich, gibt es auch im Internet Leute, die grausam und schrecklich sind und die euch Böses antun wollen. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich einen Partner habe, die Cyber... Ich schwöre, ihr glaubt jetzt, sagt er, dass ich da mitmache. ...im Internet gibt es unzählige schreckliche Menschen. Umso... Oh mein Gott. Warte mal, den siehst du nicht? Wupp. Oh mein Gott. Glücklicher bin ich, dass ich geschützt werde durch meinen Partner CyberGhost VPN. Und sie haben jetzt ein tolles... Ey, lass mich mal ganz kurz nachschauen, was er hier für den Code hat. Ich glaube, ihr kennt CyberGhost noch von meinen Werbungen. Aber... Gönnt euch mit dem Code. ...der 83% Rabatt kriegt. Das bedeutet, CyberGhost kostet dann im Monat nur noch 2 Euro und 3 Cent und ihr kriegt noch 4 Monate gratis einfach so obendrauf. Und das Ganze ist auch noch völlig risikofrei für euch, denn ihr habt eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. So sicher ist CyberGhost, dass der Service euch gefallen wird. Ich selber bin ein großer Fan von CyberGhost und bedanke mich sehr für die Zusammenarbeit. Also... Scheiße, ich habe den Code übersprungen. Mit dem Code Creepasterlunch. Kommen wir jetzt zu dem unfassbar verstörenden und gruseligen Eisberg. Viel Spaß und wenn ihr in Zukunft mehr Eisberge sehen wollt, beziehungsweise Ideen habt, was für Eisberge ihr sehen wollt, Bitte, Bro, ich brauche Kohle. Dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ebene 1. Ja. Die erste Ebene ist gefüllt mit relativ harmlosen und bekannten Horrorfilmen. Wie bei jeder Ebene werde ich euch versuchen, so gut es geht, die Filme zu erklären und euch zu erklären, warum sie in dieser Liste sind, ohne genauer zu spoilern, was passiert. Einfach, damit ihr die Filme noch anschauen könnt, solltet ihr das denn überhaupt wollen. Ah, das ist cool. Freitag der 13. Eine absolut ikonische Horrorreihe ist Freitag der 13. Wir alle kennen Jason Voorhees, den grausamen Mörder mit der Eishockey-Maske, der Kinder am Camp Crystal Lake jagt und ermordet. Man muss aber dazu sagen, dass im originalen Film Freitag der 13. nicht Jason das Monster der Handlung ist. Er übernimmt die grausamen Taten erst ab Teil 2. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Filmreihe für damalige Verhältnisse recht brutal gewesen ist. Ey, by the way, habt ihr von American Horror Story das gesehen? Ich glaube, das heißt 1980 oder so. Ich glaube, 1980 heißt das. Das ist richtig geil gemacht. Das ist quasi genau das gleiche wie Freitag der 13. oder so. Da sind so mehrere so Teenager oder so. Oder so ähnlich wie Freitag der 13. Und die gehen zu so einem See und dort chillen die dann und dann gibt es da so einen Serienmörder und so. Und der ist so ähnlich wie der 1980. Das war, glaube ich, vielleicht meine Lieblingsstaffel. Aber heutzutage ist sie eher harmlos. Vor allem verglichen mit den Filmen, die in den tieferen Ebenen erscheinen. Besonders auch, wenn man an eher dämliche Fortsetzungen wie Jason in New York oder Jason X denkt. 1984. Wo er im Weltall ist. Was? The Ring. Das kenne ich gar nicht. The Ring oder auch das japanische Original Ringu gilt bis heute bei vielen als unfassbar gruseliger Horrorfilm. Pingu? Es geht um ein Videotape, welches einige kryptische Szenen zeigt und dieses Horror-Tape darf man sich niemals ansehen. Ansonsten klingelt nämlich das Telefon und eine Stimme sagt dir, dass du nur noch sieben Tage zu leben hast. Eine Vorhersage, die meistens auch eintritt. Zwar sagen viele, dass sie bis heute vor Samara oder Sadako im Original panische Angst haben, aber die Filme waren tatsächlich recht harmlos und haben... Okay, was ist... Okay, ich sag... Okay, wir versuchen herauszufinden, wie wir die Filme bieten können. Pass auf, ich hab jetzt schon eine Lösung für The Ring. Entweder Bodyguard, okay, aber das ist die einfache Lösung. Du machst einfach eine MrBeast-Challenge. Du machst eine MrBeast-Challenge, wo du dich in einen Container zehn Tage lang einsperrst. So, quasi. Dann rufst du sie an, davor, bist dann in dem Container drinnen und was will sie dann machen? Ich glaube, ich weiß nicht, was passiert, wenn sie dich nicht erreichen kann oder wenn du dich einbetonieren lässt irgendwo. Da musst du dich ja ausgraben erstmal. Das kann das ja nicht. Ich weiß nicht genau, wie die Handlung von dem Film exakt ist, aber meiner Meinung nach wäre es fair, wenn sie ab dem siebten Tag null Uhr spawnt sie und sie kriegt nichts zu essen, außer sie killt dich. Weil dann musst du dich fangen innerhalb von drei Tagen oder vier Tagen oder so, weil sonst hast du gewonnen. Das wäre dann so mein Konzept von dem Film. Zum Beispiel in Deutschland eine Freigabe ab 16 Jahren. Conjuring. Ein rechtmoderner Horrorfilm aus dem Jahr 2013, der sehr beliebt ist. Es geht hierbei um die Ermittlung von Ed und Lorraine Warren, zwei Geisterjäger, die es auch wirklich gegeben hat. Im originalen Conjuring werden sie zu einem Haus gerufen, das von einem bösartigen Geist besessen ist, der die Familie terrorisiert. Der Film hat eine gruselige Atmosphäre und einige wirklich gute Jumpscares, aber er wird von niemandem als wirklich traumatisierend beschrieben. Nicht so wie die anderen Filme, die noch kommen. Chucky, die Mörderpopper. Chucky ist ein weiteres ikonisches Horror-Monster. Im Jahr 1988 erschien der Film Child's Play und es geht dort um eine Puppe namens Chucky, die von einem Serienmörder namens Charles Lee Ray besessen ist. Dieser Serienmörder, der durch schwarze Magie in Chucky eingefahren ist, begeht als Chucky weitere grausame Morde und versucht, seine Seele in einen neuen menschlichen Körper zu bringen. Einfach wegkicken. Ich denke mal auch, wir haben letztens auf Discord darüber gesprochen, wie man welches Tier, das sich attackiert, besiegen könnte. Und jetzt kommt die Theorie, meine Freundin wird mich hassen, dass ich das hier offenbare, aber ein Wildschwein, okay? Scheiß mal drauf, ob du Jäger bist oder ob du dich auskennst oder sowas. Ein Wildschwein. Ein Wildschwein attackiert mich, okay? Ich würde safe verlieren. Safe würde ich verlieren, okay? Aber nicht, wenn ich einen Baum habe, wenn ich im Wald bin, wenn ich in seinem Natural Habitat bin. Ich erkläre euch ganz gut. Das Wildschwein attackiert mich, okay? Es kommt jetzt her, sieht mich und sagt, hallo, ich würde dich gerne schlagen oder sowas. Jetzt bin ich hier und hier steht der Holy Shaker. Der Holy Shaker ist jetzt der Baum, okay? Der Holy Shaker ist der Baum. Ja, genau. Und ich stehe gerade hinter dem Baum. So, das kann eigentlich auf mich zurenden. Das kann eigentlich auf mich zuspringen. So, das heißt, es muss an diesem Baum vorbei und mich dann so treffen. Und ich mache einfach den hier. Weißt? Dann stehe ich auf einmal daneben. Dann muss das Wildschwein erstmal rausholen und muss wieder, auf einmal stehe ich hier. Und die ganze Zeit so weiter. Und wenn du dann Glück hast, wenn das Wildschwein nicht weiß, was es machen soll, dann stehst du einfach da bei dem Baum. Das Wildschwein steht da auf der anderen Seite, überlegt gerade und du einfach, pfff, weißt? Was willst du machen? Was willst du machen? Das will ich sehen? Ja, ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Ich schwör's euch. Wildschwein könnte ich, könnte ich, könnte ich, ich gehe, ich gehe aber nur auf Unentschieden. Ich gehe nur auf Unentschieden. Also, gewinnen könnte ich, glaube ich, nicht. Aber wenn ich einen Baum habe und das kann dann nicht durch oder sowas, dann, dann Unentschieden. Die Filme sind ziemlich brutal. Vor allem passieren aber mit Chucky. Ich habe auch gesagt, nein, 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 ja eh. Eins gegen eins Wildschwein geht, aber eins gegen eins Hirsch nicht. Ja, was willst du gegen einen Hirsch machen? Ein Reh wäre machbar. Brutale Dinge. Aber für mich ist diese Filmreihe überschattet von mehr als merkwürdigen Folgeteilen. Wie zum Beispiel, Der braucht ja keinen Anlauf. Der muss mich nur erwischen. Der muss nur um den Baum herum. Das ist ein fettes Viech mit niedrigem Schwerpunkt. Das ist wie wenn du mit einem SUV in die Kuh fährst und ich bin ein schlankes Fahrrad. Ich bin wie eine Katze. Wie Chucky seine Braut, wo er eine Frau findet. Oder Chucky's Baby, wo er ein Kind namens Darf man fragen, wie du trainierst für so einen Top-Body. Holy trinken und den ganzen Tag auf der Couch stehen. Das Glenn bekommt, der relativ nett ist. Man hätte bei dieser Filmreihe einfach bei Teil 1 aufhören sollen. Annabelle. Von einer eher lustigen Puppe zu einer wirklich gruseligen Puppe. Annabelle ist eine Filmreihe über die verfluchte Puppe namens Annabelle, die es auch in echt gegeben hat beziehungsweise weiterhin gibt. Das habe ich mitbekommen. Das war dieser eine Hype-Film, wo alle gesagt haben, jo, der ist unfassbar creepy. Oder? War das der? Zwar sind die Erlebnisse aus dem Film nicht unbedingt echt. Trotzdem gilt Annabelle 2 als sehr beliebt, besonders da er eine extreme Dichte und Fülle an überraschenden Jumpscares besetzt. Ob alle diese Jumpscares wirklich gruselig sind, sei mal dahingestellt, aber als ich den Horrorfilm gesehen habe, musste ich mir an einigen Stellen die Hand vor die Augen halten. A Nightmare on Elm Street eine meiner absoluten Lieblinge. Die Nightmare on Elm Street Reihe handelt von Freddy Krüger. Ein Mann, der in die Träume von Kinder eindringen kann und sie dort, wo sie absolut schutzlos sind, umbringt. Der Grund, wieso Freddy zu dieser Fähigkeit kam, ist allerdings von Film zu Film unterschiedlich. In der Neuauflage wird bestätigt, dass er Kinder missbrauchte und deshalb von den Eltern der Kinder ermordet wurde. Im Original ist die Sache aber nicht so eindeutig. Es wird darauf angespielt, dass er Kinder missbrauchte und tötete, aber wirklich klar gesagt wird es nicht. Auch wenn die Beweise darauf deuten, gibt es bis heute eine Gruppe an Leuten, die fest überzeugt sind, dass Freddy in Wahrheit unschuldig ist. Aber ja, der Film ist stellenweise sehr brutal mit verstörenden Szenen, gerade weil Freddy seinen Körper und die Umgebung nach Belieben verzerren und verändern kann. Das ist schon sehr geil. Also es gibt manche Filme, auch wenn man jetzt Chucky nicht so fühlt oder sowas, aber das sind so Filme, die, da ist das Konzept einfach sehr, das bleibt dir erhalten und halt Freddy Krüger, da denkst du instant an diesen, an dieses Oberteil, was er hat und an diesen Hut und an sein Gesicht und sowas, das ist sehr markant, das gefällt mir. Scream. Genauso wie bei Scream. Kommen wir zu Ghostface, das Monster, welches die Slasher-Szene beliebt gemacht hat und dessen Maske in jedem billigen Laden zu Halloween zu finden ist. Es geht letztlich um einen Mörder, der Studenten terrorisiert und mit ihm, teilweise am Telefon, Spielchen spielt. Ghostface ist vielleicht nicht das stärkste oder gruseligste Monster, aber scheinbar ist er ein Wesen, welches einfach nicht sterben kann. Zumindest gibt es sehr, sehr viele Folgeteile. Ich denke mal schon, aber der Schock voll so aus. Insidious. Der Horrorfilm aus dem Jahr 2010 namens Insidious zeigt die Lambert-Familie, die mit dem Koma ihres Sohnes Dalton umgehen muss. Während dieses Komas passieren unerklärliche, paranormale Ereignisse, weshalb sie sich an die paranormale Ermittlerin Elise Rayner wenden. Insidious. Ey, ganz kurz. Wenn ich eine Klassenpräsentation halte, eine Gruppenpräsentation und ich aber keine Credits an meine Mitschüler geben will, dann schreibe ich sie auch da unten so hin. Jo, lass mal alle Leute, die da mitgewickt haben, da unten hinschreiben, aber so undeutlich wie überhaupt möglich. Alles klar, fast machen wir. Es ist ein wirklich interessanter Horrorfilm in einer gruseligen Atmosphäre, der das Dämonen- und Monstergenre auf eine interessante neue Weise behandelt. Es geht nämlich diesmal um die Astralebene. Ein merkwürdiger... Ey. 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 Ich sag nix. Ich sag nix. Über mich? Über mich? Ey. Ey, Funfact. Ich glaube eh nicht, dass ihr das sehen werdet. Aber Funfact. Ich weiß mittlerweile, wie die Person aussieht und ich hab Bilder von ihr. Falls euch interessiert, ne? ... Zustand zwischen der Realität und der Schlafzustandszeit. Ich glaub, ich weiß auch ziemlich genau, wie sie heißt. Manche Leute sind sich absolut sicher, dass die Astralebene tatsächlich echt sein soll. Ja, das hab ich auch schon gehört. Und dass auch dort tatsächlich gruselige Wesen lauern. The Grudge. The Grudge, oder das japanische Original Ju-On, ist ein Film, der von dem Rachegeist Kayako Saeki handelt. Gottes Willen. Die ein Hausheim sucht, in dem sie zu Lebzeiten grausame Dinge erleben musste. Ju-On hat nicht nur mit der großartigen Performance der Schauspielerin von Kayako neue Trends gesetzt, was Horror-Monster angeht. Vor allem ihr Gang auf allen Vieren ist extrem beliebt geworden. Er hat auch dazu geführt, dass japanische Horrorfilme im Ausland immer beliebter wurden, da dieser Film international ein riesiger Erfolg gewesen ist. Ist dieses Viech nicht auch, oder Entschuldigung, dieses Kind, ist das nicht auch bei Scary Movie gewesen? Oder war das was anderes? Ich weiß gar nicht mehr. Ebene 2. Burger King for Glace. Damit haben wir die erste, recht entspannte Ebene abgeschlossen. Kommen wir nun zu einigen Horrorfilmen, die zwar deutlich grausamer sind und mehr auf Gore basieren als die ersten, aber auch von diesem Film habt ihr vermutlich schon gehört. Aber glaubt mir, nach dieser Ebene wird es ziemlich schnell, ziemlich düster. Texas Chainsaw Massacre Der Horrorfilm Texas Chainsaw Massacre oder zu deutsch Blutgericht in Texas ist ein beliebter Slasher Film aus 1974. Es geht um fünf Freunde, die während eines Roadtrips durch Texas eine sadistische und kannibalische Familie treffen. Das bekannteste Familienmitglied ist Leatherface, ein Mann, der mit einer Maske aus menschlicher Haut und einer Kettensäge rumläuft und neue Opfer jagt. Dieser Film hat extrem viele brutale Gewalt- und gorlastige Szenen und er wird oft als Begründer der Slasher-Szene bezeichnet. Er war sogar so schlimm gewesen, dass er in Deutschland zensiert und zeitweise indiziert werden musste. Indiziert? Ey, soll ich euch eine richtig funny Story erzählen? Also Story, es ist nicht wirklich so passiert. Wir haben uns damals, wir haben drei Katzen, so, und meine Freunde und ich und als wir die dritte Katze geholt haben, da schreibst du halt da so mehrere solche Vereine an und sowas und so, yo, weißt du, da gibt es halt einen, die holen so Katzen, die entweder aus Österreich oder aus dem Ausland und sowas, die haben dann so eigene Leute, die bringen die Katzen dann rüber und sowas und dann schauen die, dass sie die halt vermitteln und fragen natürlich auch die, oder schauen sich halt auch die Leute an, die haben uns zum Beispiel gefragt, so, yo, könnt ihr uns ein Video von eurer Wohnung schicken, damit wir sehen, okay, ist die Wohnung groß genug, hat sie da, keine Ahnung, ist die sauber und sowas, weil nicht, dass dann in einem Dreckstall oder sowas halt lebt. Liz Arc, Dankeschön, oder Liz for, danke schön für das Up und, genau, und ich hab dann so einen Text geschrieben für, also so als, als Bewerbung quasi oder wie auch immer man das nennen soll und ich, ähm, wollte schreiben, weil viele setzen das voraus, dass man dann die Katzen, äh, sterilisiert, so, und ich wollte schreiben, ja, äh, Sterilisation, äh, das ist für uns selbstverständlich oder so und ich hab aber geschrieben, ich hab ihn eh noch nicht abgeschickt gehabt und ich hab aber geschrieben, Euthanisierung und das heißt quasi, dass du die Katze, äh, einschläfern lässt oder irgendwie so, keine Ahnung und ich hab den, und ich hab den Text dann meiner Freundin so, so vorgelesen und sie so, ja, äh, du kriegst dann so eine Bewerbung, yo, Euthanisierung ist für uns selbstverständlich bei der Katze, ne, hier ist unsere Wohnung, da wird sie leben, vier Tage lang, imagine, ich hätte das abgeschickt, Bruder, ich war mir so, ich war mir meiner Sache so sicher, aber er hat das falsche Wort benutzt, naja, kann ja passieren, Saw ist meiner Meinung nach eine der besten Horrorfilmreihen überhaupt, es geht um den Jigsaw Killer, der sich Opfer aussucht, die in seinen Augen schrecklich, es ist für uns logisch, dass wir die Einschläfer lassen, die Dinge getan haben, um ihnen eine Chance auf ein zweites Leben zu geben, dafür müssen sie in brutalen und tödlichen Spielen um ihr Überleben kämpfen, ein Kampf, der meist sehr brutal endet, die Fallen in Saw sind extrem brutal und blutig, der menschliche Körper wird häufig auf unglaublich schmerzhafte Art zerstört, doch während viele diese Filme als simple Slasher abtun, hat Saw auch eine recht diepe Story zu bieten, mit interessanten Charakteren, Haus der Tausendung, Also Saw ist extrem spannend, weil es erstens um moralische Fragen geht und zweitens auch darum, okay, könnte ich das schaffen, würde ich das überleben? Haus der Tausend Leichen Haus der Tausend Leichen ist ein Film aus dem Jahr 2003. Es geht um eine Gruppe von Freunden, die durch die ländlichen Gebiete Amerikas reisen und dort ein seltsames Museum finden, in dem es um den sogenannten Captain Spalding geht. Daraufhin stellen sie weitere Untersuchungen an und stoßen auf die Firefly-Familie, wo Captain Spalding ein Teil von ist. Diese Familie ist eine Gruppe sadistischer Mörder, die Opfer besonders grausam quälen und töten. Der Film schockierte nach der Veröffentlichung viele Zuschauer wegen seiner extrem verstörenden Zähne und seinem recht besonderen Stil. Viele sagen, dass dieser Film wirklich rohe und brutale Gewalt zeigt. Der Typ heißt aber nicht wirklich Rob Zombie, oder? Das ist ein Künstlername. The Human Centipede. Was muss ich über Human Centipede sagen, was ihr nicht schon wisst? In dem Film geht es um einen deutschen Schild 100% medizinisch akkurat. Eier. Bogen namens Dr. Heiter, der ein wirklich verstörendes Experiment durchführen will. Dabei näht er Menschen aneinander und verbindet dabei den Mund eines Objektes mit dem Anus eines anderen und so weiter und so weiter. So entsteht eine menschliche Kette oder auch ein menschlicher Tausendfüßler. Nicht nur ist die Idee extrem verstörend, auch hat der Film eine extrem explizite Darstellung, weswegen er bis heute stark diskutiert und als sehr kontrovers wahrgenommen wird. The Hills Have Eyes Hügel der blutigen Augen oder auch The Hills Have Eyes ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 1977. Im Film geht es um die Familie Carter, die eigentlich einen Campingurlaub machen möchte. Auch ein richtig geiler Song von Poor Stacy. Warte mal rein. Dabei haben sie eine Panne in einem abgelegenen Atomtestgebiet. Aufgrund dieser Panne kommen sie dort nicht weg und treffen auf eine Gruppe mutierter Menschen mit kannibalistischen Vorlieben. Auch dieser Film hat viele verstörende Szenen und eine krasse Darstellung von Gewalt. Er bekam jedoch trotzdem über die Jahre einen Kultstatus und bekam so ein Remake im Jahr 2006. Tusk Der Film Tusk ist kein reiner Horrorfilm. Es handelt sich dabei eigentlich um eine Horrorkomödie aus dem Jahr 2014. Es geht um einen Podcaster namens Wallace Brighton, der in Kanada auf einen Mann namens Howard Howey trifft, welcher ihn umgehend entführt und in einen Walross verwandeln will. Obwohl der Film humoristische Elemente und sehr viel schwarzen Humor hat, zeigt er trotzdem einige verstörende Szenen, die dem ein oder anderen Zuschauer definitiv den Magen umdrehen könnten. Ja, okay. Hostel Hostel aus dem Jahr 2005 ist ein Film, der sich wirklich dem Torture-Porn-Genre der Horrorfilme zugeteilt sieht. Es geht um drei Freunde, zwei Amerikaner und einen Isländer, die mit Rucksäcken durch Europa reisen. Dabei gehen sie in eine Pension in der Slowakei. Aber statt Entspannung und Frauen treffen sie dort etwas, womit sie nie gerechnet hätten. Und zwar finden sie sich als Opfer einer schrecklichen Menschenjagd wieder. Es geht um sehr reiche Kunden, die Menschen gegen Geld jagen dürfen. Auch hier dreht sich der Film viel um Gewalt und Folter mit ziemlich grafischen Szenen. Dieser Film ist aber absichtlich provokant und versucht gar nicht erst, die Gewalt runterzuspielen. Da habe ich auch mal sowas gesehen. Da habe ich letztens dran denken müssen und ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das nicht sogar bei American Horror Story war oder so. Ich weiß es nicht mehr. Das ist quasi so ein kurzer Film oder so. Also 20 Minuten oder so glaube ich dauert der oder zumindest habe ich den so in Erinnerung. Und der handelt von einer Frau und die ist 50 ungefähr und diese Frau ist der Lucia. Dankeschön. Möchte zu einem Schönheitschirurgen, möchte sich das Gesicht operieren lassen. Und dann landet sie in einem Kaiser Video. Na, Spaß beiseite. Und dann geht sie dorthin und die Chirurgin, die sagt dir, Joro, wir machen das, wir machen das und das wird alles super aussehen und sowas. Und sie sagt, ja, passt, machen wir so. Und dann lässt sie das machen und ihr Gesicht wird dann danach quasi eingewickelt. Also sie weiß noch gar nicht, wie sie aussieht. Und dann bekommt sie eine Einladung zu einer Feier von dieser Schönheitschirurgin und da sagt sie, yo, da werden mehrere solche Leute, die da behandelt werden, ja genau, okay, dann ist es American Horror Story. Mehrere solche Leute, die diese Behandlung gemacht haben, da werden wir die quasi so, werden wir das Gesicht quasi dann herzeigen und da werden alle applaudieren und dann haben wir Spaß und das ist schön und dies und das. Ja, genau. Und dann geht sie hin und enthüllt das Gesicht von ihr und man sieht halt, dass sie komplett entstellt wurde, dass sie halt absichtlich das Gesicht halt von ihr komplett ruiniert hat quasi und sie ist halt voll verzweifelt und sie weiß nicht, was los ist und sowas und all diese Leute, die halt bei dieser Party waren, die sind halt auch extrem reich und machen das quasi, um hässliche Menschen irgendwie zu jagen oder zu ermorden oder sowas und die bekommt dann so einen Vorsprung von zwei Minuten und dann laufen die alle los und suchen sie und wollen sie halt umbringen. Und das ist absolut weird, aber ja, das hat mich gerade sehr daran erinnert. Midsommar. Midsommar ist ein ziemlich neuer Film. Er stammt aus dem Jahr 2019 und es geht um das Paar Danny und Christian, die einen Sommerurlaub in Schweden verbringen, um dort beim Midsommarfest mitzumachen. Statt aber von freundlichen Schweden umgeben zu sein, bemerken sie schnell, dass sie inmitten eines schrecklichen Kults gelandet sind. In Österreich? Zwar besitzt Midsommar einige brutale Szenen, bei denen viel Blut und Fleisch zu sehen ist, doch in Deutschland wurde er bereits ab 16 Jahren freigegeben. Andere Filme, die wir jetzt schon behandelt haben, waren erst ab 18 frei. Ebene 3. Nun sind wir bei Ebene 3 angekommen. Schaut ihr jetzt schon so aus? Glaubt mir, ab jetzt wird es wirklich verstörend. Salo. Salo, oder die 120 Tage von Sodom, ist ein italienischer Film aus dem Jahr 1975, der auf dem gleichnamigen Buch basiert. Die Handlung spielt während des Zweiten Weltkrieges in der von Italien besetzten Region und Salo. Dort wird eine Gruppe von jungen Menschen in ein Anwesen geführt, wo sie von vier Faschisten, die folgende Titel haben, der Präsident, der Richter, der Bischof und der Herzog, auf unfassbar grausame Art gefoltert. Und wenn ich grausam sage, dann meine ich auch grausam. Die Szenen sind extrem explizit, sadistisch und unmenschlich. Der Film war aufgrund seiner verstörenden Natur und der Gewalt in vielen Ländern verboten oder stark zensiert worden. Bis 2011 war er auch in Deutschland indiziert. Dies bedeutet, bis 2011 durfte er nicht öffentlich beworben beziehungsweise nur eingeschränkt verkauft werden. Damn. Martyrs. Martyrs ist ein französischer Horrorfilm aus dem Jahr 2008. Im Film geht es um Lucy, ein traumatisiertes Mädchen, welches als Kind gefoltert wurde und nun versucht, Rache an ihren Peinigern zu verüben. Sie möchte, dass ihre Peiniger für das leiden, was sie ihr angetan hatten. Der Film Martyrs ist ziemlich künstlerisch und hat definitiv eine philosophische Metaebene, dennoch muss klar erwähnt werden, dass der Film rohe Gewaltdarstellung hat und diese verstörend mit anzusehen sind. Er ist nicht so verpönt, wie andere Filme dieser Liste, weil er eben versucht, wirklich eine deep Story zu vermitteln, aber dennoch ist er brutal. Shujo Tsubaki. Shuyoka. Kommen wir nun zurück nach Japan. Bei Shujo Tsubaki handelt es sich tatsächlich um einen Anime-Film aus dem Jahr 1992. Es geht um ein junges Mädchen namens Midori, die nach dem Tod ihrer Mutter in einen reisenden Zirkus aufgenommen wird. Was erstmal nach Material für eine lustige Zeichentrickserie klingt, wird ziemlich schnell, ziemlich brutal. Midori wird misshandelt und erlebt viele bösartige Grausamkeiten. Ich sehe das immer anhand vom Chat und ich weiß nicht, ob der wirklich krank ist oder nicht und der scheint nicht gut zu sein. Gerade für ein Anime hat dieser Film sehr klare Darstellung von Gewalt, Missbrauch und Sex. Gore wird explizit dargestellt. Trotz der künstlerischen Aufmachung ist der Anime nicht sonderlich gut bei Nutzern angekommen. Wer sich für die Story also interessiert, sollte lieber den gleichnamigen Manga lesen. Pink Flamingos. Kommen wir zum nächsten verstörenden Film aus dem Jahr 1972. Das ist blöse, oder? Sind aus Matan, der Film. Im Film Pink Flamingos geht es um die Person namens Divine, die einen besonderen Titel erlangen möchte. Dieser Titel ist The Filthiest Person Alive, also die dreckigste Person auf der Welt. Dieser Film spielt absichtlich mit der Verletzung bekannter Norm. Eine Szene, die sehr gut beschreibt, worum dieser Film handelt und warum der Film in dieser Liste ist, ist die Szene, in der Divine echt Hunde kurz verspeist, der gerade frisch von einem Hund gelegt wurde. Auch hier gibt es einige Gore-Szenen, die sehr offen gezeigt werden und auch viele obszöne Szenen sind keine Seltenheit. Wer sich diesen Film angucken möchte, sollte definitiv einen starken Magen haben. A Serbian Film. Ah, den habe ich schon mal gesehen, den habe ich schon mal gesehen. A Serbian Film ist ein relativ neuer Horrorfilm aus dem Jahr 2010. Es geht um einen Mann namens Milos, ein ehemaliger Pornodarsteller, der in schwerer Geldnot ist. Da er keinen anderen Ausweg sieht, nimmt er ein Angebot an, wo er scheinbar in einem Kunstprojekt mitwirken soll. Das, ja, ja, das habe ich auch gesehen. Also, daran kann ich mich erinnern, dass bei Serbian Film, das viele von euch reingeschrieben haben, nicht anschauen. Bei irgendeinem Eisbär war er doch mal Platz 1. Ich glaube, wir haben nicht schon mal so ein Green-Pastor-Lunch-verbotene Filme oder sowas gesehen. Dieses Kunstprojekt ist jedoch nichts weiter als ein ekelhafter, sadistischer und gewalttätiger Porno. Milos wird gezwungen, Teil dieser Perversion zu werden. Dieser Film ist vor allem so schrecklich, weil er nicht nur Gewalt und Missbrauch zeigt, sondern auch Kindesmissbrauch offen thematisiert. Auch dieser Film musste nach dem Erscheinen in vielen Ländern zensiert werden oder wurde sogar gänzlich verboten. Auch in Deutschland wurde dieser Film indiziert. Eine öffentliche Bewerbung ist somit nicht mehr möglich. Manche, die den Film sahen, meinen allerdings, dass er gut sein soll. Ich würde euch nicht empfehlen, ihn anzugucken. Human-Central. Also ich finde das schon krank, wenn... Schau, es gibt immer die Idee, okay, wie weit geht Kunst? Für mich ist alles, was... Ja, ja, genau, genau, genau. Für mich ist alles, was da in so einem Film und sowas halt reinfällt, ist natürlich Teil von Kunst und halt, okay, du versuchst halt Grenzen zu überschreiten absichtlich, so wie bei diesem Pink Flamingos und so. Ist ja auch cool, ist ja auch kein Problem und sowas. Da sagt ja niemand was dagegen. Ich frage mich halt nur, okay, wie kommst du auf die Idee, ich habe jetzt den Film nicht gesehen, aber wie kommst du auf die Idee, dass du halt absichtlich da auch noch so als die Kinder und sowas halt damit einbaust? Einfach nur, damit es halt noch kranker wird. Im Endeffekt, ich weiß nicht, ob das dann auch so... Ich frage mich, ob CPP die alle selbst gesehen hat. Also hat er gesagt, aber ich glaube es nicht. Naja, wobei, vielleicht so viele von den Älteren haben sich vielleicht schon angeschaut, aber wenn es ihn so interessiert, ne? Aber, ähm, ja, vielleicht auch nur so Zusammenfassungen oder sowas. Moneten. Ist da nicht sogar ein Säugling mit dabei? I don't know. I don't know. Welches Kind verkraftet so einen Dreh eigentlich? Ist halt eine gute Frage, ob du das Kind halt quasi mit in den Film holst. Also du bist doch beim Dreh und sowas. Der Dreh ist sicher nicht so schlimm, weil beim Dreh, da hast du ja überall, da sind überall Leute und das ist dann, du drehst da 20 Sekunden und dann ist Kart und dann trinkst du einen Kaffee und sowas. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und wenn du dann halt den Film sehen würdest, dann würdest du den auch anders sehen. Aber wahrscheinlich werden die dann sagen, okay, du kannst halt da mitspielen, aber du darfst ihn dir halt nicht anschauen. In Wahrheit, die Kinder werden sich den Film dann eh auch anschauen. Wenn ich ein Kind wäre in einem Horrorfilm, dann würde ich den auch danach anschauen wollen. so Dings, naja. Der Grund, warum Human Centipede 2 tiefer am Eisberg ist als der Vorgänger, liegt vermutlich daran, dass viele der Meinung sind, dass dieser Film noch drastischere und kontroversere Szenen zeigt. Gewalt wird hier noch mehr in den Fokus des Filmes gezogen. Wer also Teil 1 schon schwer zu ertragen fand, sollte um Teil 2 vielleicht einen großen Bogen machen. Und ganz ehrlich, nach so viel Gewalt und Szenen von Menschen, die mit dem Mund an den Arnus des Vordermannes angebracht sind, brauche ich einmal ganz kurz eine Pause und wasche mir meine Augen aus. Den Rest dieser Ebene übernimmt für mich ein sehr guter YouTuber, den viele von euch bestimmt kennen oder kennenlernen sollten. Er selbst liebt diese Eisberg-Videos. Also Kaiser, viel Spaß mit den Filmen, die ich dir rausgesucht habe. Und wir hören uns gleich auf Ebene 4 dann wieder, Leute. Mit noch viel, viel schlimmeren Filmen. Ist das geil oder was? Oh mein Gott, ich schwöre, ich schwöre auf mein ganzes Leben. Ich habe vergessen, dass ich das da sage. Ich schwöre auf mein ganzes Leben. Ich schwöre, ich wette mit euch, niemand glaubt mir das. Niemand glaubt mir das. Niemand glaubt mir das. Ich schwöre auf alles, was mir Heide gesagt hat. Ich habe vergessen, dass ich das da sage. Dann nochmal ein Creepypasta-Lunch, dass ich dabei sein darf für den Eisberg-Video. Dass ich mich hier ein bisschen verewigen darf, nur dass ihr es wisst. Ich werde hier das Skript von Chris, Crazy the Twizzy, werde ich hier verwenden. Und ein bisschen rein Freestyle, um das ein bisschen creepy und auch erotisch zugleich zu gestalten. Und wir fangen direkt an mit Cannibal Holocaust. Bei dem Namen Cannibal Holocaust wird wahrscheinlich keiner von euch an einen schönen Film für die ganze Familie denken. Der Film stammt aus dem Jahr 1980 und es geht um eine Gruppe von Leuten, die in den Amazonas-Regenwald steppt und dort nach vermissten Dokumentarfilmern zu suchen. Diese vermisste Crew war losgezogen, um einen Stamm von Kannibalen zu filmen. Bei der Suche nach der verschwundenen Crew finden sie die... Es ist so funny, weil ich einfach mir gar nichts merken kann. Er hat mir so ein Script geschickt und ich kann mir einfach nichts merken. Und aufgrund dessen... Schau dich an, Kaisersception, oder? Das ist funny, das ist funny. Breaking Foot Letters. Aufgrund dessen muss ich einfach jeden Satz einzeln vortragen. Ich bin so ein Trautler. Die Antworten auf ihre Fragen, gemeinsam mit ähnlich viel Videomaterial, das sehr verstörend ist, meine Freunde. Es geht hier um Gewalt gegen Menschen, aber auch Gewalt gegen Tiere. Nachdem der Film dann veröffentlicht wurde, waren sich so viele Leute sicher, dass die Tiere, die in den Videos vorgekommen sind, tatsächlich echte Tiere waren. Sogar so echt, dass der Filmregisseur anschließend vor Gericht gelandet ist und sich deswegen äußern musste. Echt? Es gab sogar Gerüchte, dass einige Schauspieler, die bei dem Film mitgemacht haben, beseitigt wurden. Aber das ist natürlich haltlos. Aufgrund von den grausamen und grafischen Szenen wurde der Film in einigen Ländern gar nicht erst... Ich hätte da noch gerne noch so viel mehr Effekte eingebaut, aber ich hatte keine Zeit. Ich musste direkt danach streamen. Ausgestrahlt oder zumindest sehr stark zensiert. Der nächste Film, Tattoo So The Iron Man, ist tatsächlich gar kein Horrorfilm. Es geht um einen Cyber... Beseitigt. Creepypasta-Lunch habe ich auch gedroppt. Und Mandelmilch wollte ich auch noch reinnehmen. Und dann noch irgendwie sowas wie war gewesen. Punk-Film aus Japan. Shoutout, dass der das durchgehen lässt. Pan aus dem Jahr 1989. Der Plot von dem Film ist mehr als nur interessant. Es geht um einen Mann, der einen Autounfall hat. Und nachdem er diesen Autounfall hat, bemerkt er, wie sich mit der Zeit immer mehr Körperteile von ihm in Metall verwandeln. Und nicht nur das. Er fängt auch noch an zu halluzinieren und versteht die ganze Welt nicht mehr. Einige Szenen von dem Film sind relativ gore-lastig, muss man schon sagen. Aber die meisten Leute feiern diesen Film. Also es gibt eine relativ große Community von Leuten, die wirklich Fan davon sind. Und vor allem Fan von dieser abstrakten Idee, so einen Film zu teilen. Aber das ist einer von den... Schau mich an. Glaubst du, das ist ein heftiger Beitrag in dem Eisberg oder was? Was glaubst du, was da noch auf dich zukommen wird? Ha? Da wird es heute richtig gruselig. Suicide Club. Suicide Club. Suicide Club ist nicht zu verwechseln mit Suicide Squad. Das steht... Das ist ein richtig guter YouTuber. Also ich muss doch gar nicht unterbrechen. Wirklich so in dem Skript drin. Das ist ein japanischer Film. Das ist nicht zu verwechseln mit Suicide Squad. Das steht wirklich so in dem Skript drin. Das ist ein japanischer... Äh, ich hab das Skript um drei Uhr nachts gemacht, aber war ein guter Joker hingeschrieben. Ein japanischer Film, mal wieder aus dem Jahr 2001. Was das war, das war ich selber. Ich bin da hinten herumgelaufen und das hab ich da eingeschrieben. Es geht um eine Massenselbstmordwelle, die durch Tokio schwemmt. Von einer Schule gibt es 54 Mädchen, die vor den Zug springen, um sich das Leben zu nehmen. Natürlich weckt das irgendwann mal das Interesse der Polizei. Zumal das auch nicht der einzige Vorfall war in ganz Tokio. Also da gibt es wirklich mehrere Sachen, die gleichzeitig abgehen. Und worauf die Polizei draufkommt, ist, dass es eine Webseite mit dem Namen Suicide Club gibt. Und wenn man auf diese Webseite geht, sieht man eingezeichnet die Selbstmorde von diesen Personen, von den Mädchen zum Beispiel aus der Schule, als rote und weiße Kreise eingezeichnet. Das Ganze geht aber noch ein bisschen tiefer und es ist wesentlich gruseliger, als die Polizei ursprünglich dachte. Der Film zeigt nämlich sehr düstere und gewaltvolle Darstellungen von Selbstmord. Und der Film generell ist sehr gesellschaftskritisch, kann man so nehmen, weil es gibt sehr viel Medienmanipulation, die hier im Spiel ist. Es ist ein relativ gut ausgeklügelter Film, der sehr gut umgesetzt wurde, aber natürlich sehr... Du schaust so aus wie ein Praktikant bei Creepaster Punch, aber nicht so gruselig. Hat vergessen, die Horror-Batterie aufzuhalten. Ich schwöre bei Gott, ich bin da so gesessen und ich habe mir gedacht, okay, wie mache ich denn das? Soll ich dann wirklich so... Ich kann das ja nicht, ich kann das ja nicht. Es gibt viele gruselige und abscheuliche Taten, die du... Bei mir klingt das so sarkastisch. Ich kann das nicht. Dankeschön, KevinK92. Moin, moin, alles frisch. Um was geht's? Um was geht's? Kevin fragst du mich? Was geht's? Ich sag dir, was geht's? Ich mache hier bei Creepaster Lunch bei dem Iceberg. Ich kann das nicht. Deswegen, ich muss normal reden. Ich kann nur so... Ah, hallo! Haha! Die Schulmädchen, die hauen sich davon zu. Traumatisieren sein kann, das auf jeden Fall. Aber es macht ihn auf jeden Fall sehr sehenswert. The House, The Jack Built. Wer glaubt, dass alle Horrorfilme, die gruselig sind, auch alt sind, den kann ich beruhigen, meine Freunde. Es geht um einen Film namens The House, The Jack Built. Der stammt aus dem Jahr 2018 und es geht um einen verstörenden Serienkiller namens Jack. Der Film an sich ist in fünf verschiedene Abschnitte eingeteilt, in denen er immer anders beleuchtet wird. Quasi die Lebensgeschichte von Jack wird halt in diesen fünf verschiedenen separaten Abschnitten erzählt. Dabei begeht Jack immer wieder... Ist er das nicht erotisch genug, oder was? ...der grausame Morde und bringt diese gleichzeitig in Verbindung mit philosophischen und sehr, ich sag mal, kunstvollen Vorstellungen. Gerade diese sehr expliziten und sehr gewaltvollen Darstellungen von dem Film machen ihn zu einem sehr kritischen Film. Also gerade bei Release 2018 wurde der sehr schief beäugt. Aus meiner Sicht war das trotzdem ein sehr guter Film gewesen. Deswegen, falls ihr auf der Suche nach einem neueren Horrorfilm seid, der auch ein bisschen mehr Gewalt beinhaltet und sowas, da sollte sich The House, The Jack Built auf jeden Fall in die engere Auswahl schneiden. Schneiden. Das war's an der Stelle von mir, meine Freunde. Vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Nehmt einen fetten Schluck Mandelmilch und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao. Ebene 4. Ey, was für ein legendäres Crossover. Shoutout Creepypasta Lunch. Weißt du was? Shoutout Creepypasta Punch sogar. Ey, so ein korrekter Typ. So ein korrekter Typ. Das war's schon. Ey, leider. Leider. Ne, das ist ja eh, das ist genug, oder? Ich wollte nicht sein, äh... Mandelwasser? Oh fuck, ich hab's verkackt. Ah, naja, wurscht. Reicht trotzdem Mandelmilch. Ähm, ne, ne, richtig gut. Richtig gut. Äh, hab ich gut gemacht, Kaiser. Ey, Dankeschön, Dankeschön. Ich hatte richtig die Pressure. Ich hatte richtig die Pressure einfach. So, da bin ich wieder. Mit den Filmen aus Ebene 3 aus dem Weg kommen wir nun in noch deutlich... Geisterrituale im Duo. Ich muss, ich muss ihn mal fragen, ob er dann irgendwas auf meinem Kanal so auch machen möchte. Deutlich düsterere Gebiete. Seid an dieser Stelle aber bitte einmal gewarnt. Die folgenden Filme sind wirklich nicht für jeden geeignet. Slow Torture Puke Chamber. Oh, das hört super an. Slow Torture Puke Chamber ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 2010 und er gehört zur Womit-Gore-Trilogie, was ein toller Name ist. Der Film zeigt eine Serie von gewalttätigen, sexuellen und absurden Szenen. Dieser Film zählt einzig und allein darauf ab, den Zuschauer so sehr zu verstören, wie nur irgendwie möglich. Im Film selbst geht es um eine Frau namens Angela, die von ihrem sadistischen Vater gefoltert wurde und nach ihrem Tod in die Hölle kommt. Dort geht sie ein Pakt mit dem Teufel ein. Sein Wunsch ist es, dass Angela auf die Erde zurückkehrt und finstere Dinge an einer anderen Angela durchführt. Ob man sich so einen Film ansehen will, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Life and Death of a Porno Gang. Ein serbischer Horrorfilm aus dem Jahr 2009. Es geht um Marco, einen jungen Filmemacher, der Leute sucht und rekrutiert, die bei einer Serie von Hardcore-Pornos mitmachen. Dies will er, weil er von der Zensur seiner künstlerischen Arbeit frustriert ist und in der Vergangenheit mehrfach scheiterte, Filme erfolgreich zu produzieren. Daraufhin bekommt er die Idee, dass er etwas kreieren will, das über die Grenzen der Pornografie hinausgeht. Der Film zeigt ebenfalls viele explizite Szenen, vor allem sexueller Natur, aber in diesem Film geht es sehr viel um Kritik an Zensur von Kunst. Ich habe letztens ein Video gesehen von einem anderen YouTuber, ein kleinerer YouTuber, ich bin da random drauf gestoßen und der hat sich 20 Minuten lang darüber aufgeregt, dass sein Hentai, den er sich anschauen wollte, zensiert war. Und er hat gesagt, yo, das ist Zensur, die schadet den Menschen und sowas, weil da macht sich jemand die Mühe, das zu machen und sowas und der animiert das alles und sowas. Und jetzt kann man das dann nicht mehr schauen und wenn ich sowas sehen würde, dass jemand mein Kunstwerk so verunstaltet, dann würde ich den schlagen wollen oder sowas. Das war interessant, war interessant, würde ich jedem empfehlen. Das ist also mehr als nur ein verstorender Film. August Underground. August Underground ist ein Found-Footage-Horrorfilm aus 2001. Es geht hierbei um das Paar Peter und Krusty, die einen schrecklichen Amoklauf durchführen und diesen dokumentieren. Das schaut aus wie eine Hand, die so ein Chicken hält. Wisst ihr, was ich meine? So ein Gummihändel. Alle grausamen Szenen werden von dem Paar mit ihrer eigenen Kamera aufgezeichnet, was dem ganzen fiktiven Film eine gruselige Realität gibt. Die brutalen Mordszenen werden dadurch noch deutlich grausamer, als sie ohnehin schon sind. Auch hier warfen viele dem Film eine krasse Grenzüberschreitung vor. Das Ganze war den Filmemachern aber allerdings egal, denn es gibt mittlerweile zwei Fortsetzungen. Snuff 102 Snuff 102 ist ein Horrorfilm aus Argentinien, der im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. Es geht um eine Dokumentarfilmerin namens Angela, die sich den Untergrund von Buen... Angela, schon wieder! ...das Iris genauer anschaut. Ihr Ziel ist es dort, eine besondere Gruppierung zu interviewen, die ziemlich brutale Dinge tun, ohne jetzt genauer den Film zu spoilern. So Gummihändel, das ist nichts zum Essen, du Trottl. Was Angela allerdings nicht weiß, ist, dass diese Leute nicht an einem Interview interessiert sind, sondern dass Angela zum neuen Opfer werden soll, das Teil eines neuen Snuff-Filmes wird. Die gesamte Flucht vor ihren Verfolgern wird auf der Kamera von der Filmcrew festgehalten und gibt diesem Film eine gewisse Realität. Bis heute wird Snuff 102 von vielen als einer der extremsten Horrorfilme überhaupt bezeichnet. Und auch er hat viel Zensur und Verbote erfahren. Allein auf der Hülle des Filmes wird gewarnt, dass es absolut verstörend und grausam ist. Ich finde es aber geil, wenn man solche Stilmittel benutzt, wie eben, yo, den Blick durch die Kamera oder so. Weil das gibt einfach ein richtig realistischeres Feeling. Weil obviously jeder Horrorfilm ist dann normalerweise halt so in dieser Movie-Thematik aufgebaut und sowas. Und dann siehst du halt direkt, okay, das ist halt nicht echt. Aber wenn dein Gehirn sieht, yo, ich sehe gerade eine Kamera. Gibt es eine Bahn für Beleidigungen? Hast du mich schon beleidigt? Ne, ich bin da ausgenommen. Wenn du das durch so eine Kamera siehst, dann ist es was anderes. Man muss aber dazu sagen, ausgehend davon, dass dieser Film schon in Ebene 4 auftaucht, zeigt euch das, was für Filme hier noch kommen werden. Aber ja, man sieht grausame Szenen und viel Gewalt. Slaughtered Womit Dolls. Ach boah, diese Namen. Glaubt mir, das wird nicht besser im Laufe des Eisberges. Slaughtered Womit Dolls ist ein Film aus dem Jahr 2006 und ratet mal, wozu ihr gehört. Genau, zur Womit-Gore-Trilogie. Es geht um Angela Aberdeen, die Traum... Bruder, Angela Verschwörung. Angela Verschwörung. Was ist denn da los? Hat er das absichtlich alles so hintereinander gemacht? Bruder, wie viele Angelas gibt's da bitte? Angela Anaconda, Angela Merkel und Angela... Wen gibt's noch? Angela... Angela... Angela Lina Jolie? Traumatische Dinge in ihrer Kindheit erfahren hat, eine erfolglose Stripperin ist und an Bulimie leidet. Sie war mit 14 von zu Hause abgehauen, nachdem sie dort eine Kirche niedergebrannt hatte. Angela erlebt dabei, während sie abhaut, Visionen von ihrer Vergangenheit, in denen sie grausame Morde mit ansieht, bei denen sie scheinbar involviert war. Und so driftet sie in extrem selbstzerstörerisches Verhalten ab. Sehr, 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 sehr viele verstörende und blutige und gewalttätige Szenen folgen. Der Name sollte euch eigentlich schon davon abhalten, diesen Film anzugucken. Angela oder was? Aber auch dieser Film wurde oft zensiert und verboten. Viva la Muerte Kommen wir mal wieder zu einem etwas älteren Film. Viva la Muerte ist ein französischer Film aus dem Jahr 1971. Viva la Muerte bedeutet so viel wie es lebe der Tod. Es geht hierbei um einen Jungen namens Fando, dessen Vater von der eigenen faschistischen Mutter angezeigt wird, ein Kommunist zu sein, weswegen er festgenommen wird. Fando macht sich auf die Suche, ihn zu retten und stellt sich dabei stets vor, was für grausame Dinge seinem Vater wohl angetan werden. Dieser Film bietet sowohl politische Satire, Kritik an, als auch verstörende Szenen, die einem Kind angetan werden. Viele sehen diesen Film gespalten. Der Film wird häufig von Kritikern gelobt, aber die Szenen im Film werden meistens eher verabscheut. Necromantik Kommen wir mal zu einem deutschen Film, und ich wünschte, es wäre kein deutscher Film, aus dem Jahr 1987. Jörg Batgereit. Alles klar, Bro. Im Film geht es um Rob und... Der Uwe Bohrer. Betty, ein Paar mit einer Vorliebe für Tod und Nekrophilie, sprich dem Verkehr mit Toten. Rob arbeitet in einem Reinigungsdienst, die sich auf die Beseitigung von Leichen spezialisiert haben. Und eines Tages entscheidet er sich, einen dieser Körper mit heimzunehmen, um ihn quasi als Geschenk seiner Frau zu geben. Was daraufhin folgt, ist eine Dreiecksbeziehung zwischen ihm, seiner Ehefrau, und dem Körper. Eine Dreiecksbeziehung mit ganz viel Eifersucht zwischen dem Mann und seiner Frau. Ich denke, ich brauche euch nicht beschreiben, was für Szenen man in diesem Film sehen kann, und warum er so extrem kontrovers ist. Ihr könnt es euch bestimmt denken, oder denkt besser einfach nicht da dran. Homeoffice oder was? Melancholie der Engel Von einem deutschen Film zum nächsten. Melancholie der Engel ist ein Exploitation-Horrorfilm aus 2009. Es geht um eine Gruppe aus sechs Personen, die sich, nachdem sie sich auf einem Rummel kennengelernt haben, entscheiden, in ein abgelegenes Gehöft zu gehen. Während sie dort sind, entscheiden sie sich, illegale Substanzen zu sich zu nehmen, und eine der Personen, eine Frau namens Clarissa, die auf einem Rollstuhl angewiesen ist, wird in einem Kellerraum eingesperrt, misshandelt und ermordet. Die grausamen Taten mit verstorbenem Bildmaterial gehen auch danach noch weiter. Dies ist kein Film für schwache Nerven. Guinea Pig Ah, Guinea Pig. Haben wir eine Guinea Pig-Lover? Bist du gerade im Chat? Guinea Pig ist eine Horrorfilm-Reihe, die aus mehreren Einzelfilmen besteht. Die ersten beiden sind Devil's Experiment aus 1989 und Flower of Flash and Blood aus dem gleichen Jahr. Grundsätzlich geht es in den Filmen zusammengefasst um die Darstellung von realistischer Gewalt in Bezug auf Folter und medizinische Experimente. Als der Film Flower of Flash and Blood rauskam, gab es angeblich Gerüchte, dass es sich dabei nicht um einen Film handelte, sondern um ein echtes Video, das echte brutale Szenen zeigt. Als die Filme erschienen waren, waren sie in Japan sehr beliebt gewesen und wurden sehr oft verkauft. In anderen Ländern, wie hier in Deutschland, wurden viele der Filme aufgrund der Gewaltverherrlichung beschlagnahmt. Andere der Reihe sind lediglich indiziert. Where the Dead Go to Die Where the Dead Go to Die ist ein US-Horror-Anime aus dem Jahr 2012. Das schaut ein bisschen aus, wie Haus des Geldes, oder? Haus des Geldes, nur mit so, ja, Salvatore-Dali-Masken waren das in dem Fall nicht. Und das ist dieser nervige Typ, wie ist dieser nervige Typ, Alejandro, oder irgendwie so, von Haus des Geldes? Safe hieß da irgendwie Alejandro. Wobei Anime das Ganze vermutlich nicht ganz trifft. Das Bildmaterial sieht häufig eher aus wie ein Telltale-Game. Nein, der hieß anders. Jedenfalls, der Film folgt drei unabhängigen Geschichten, die alle durch eine Haupthandlung miteinander verbunden sind. Grundsätzlich folgt der Film den Charakteren Tommy, Ralph und Sophie. Arturito, Safe. Boah, der war so ein Trautl, Alter. Ja. Kinder, die in der Nähe voneinander leben. Also, sorry, dass ich dich unterbreche, CPL. Aber manche Rollen in Filmen oder Serien sind so gut gemacht, wenn du so einen Hass auf diese Person entwickelst. Genauso wie die Skylar. Boah, Skylar mit diesem, oh, du darfst keine Drogen verkaufen. Und so, okay, scheiße. Scheiße, nichts anderes. Dann der Arturito, der größte Trottel. Der größte Trottel in dem Haus des Geldes Ding. Weiß nicht, ob ihr Haus des Geldes gesehen habt. Arturo? Ja, ist ja wurscht. Und dann in der zweiten Staffel, also der hat sich immer Uhr angeschissen und dann in der zweiten Staffel am Anfang, ja, ich bin da ins Kommen aus Haus des Geldes und so was und blablabla und gibt damit an und so. Naja, na, ne. Guter Schauspieler. Guter Schauspieler. Letztlich ist es ein japanischer Film aus dem Jahre 1997. Die Handlung spielt im November 1988, als vier junge Männer eine junge Frau entführen und über mehrere Wochen hinweg in einem ihrer Häuser gefangen halten. Als ich dies hörte, kam mir diese ganze Geschichte allerdings sehr bekannt vor und ich recherchierte weiter nach und fand heraus, dass dieser Film die Geschichte des echten Mordfalles von Junko Furuta nacherzählt. Eine junge Frau, die ebenfalls entführt, gefoltert und am Ende einbetoniert wurde. Diese Szenen werden vermutlich auch auf grausame Weise im Film gezeigt. Ja. 17 Days? Philosophy of a Knife. Hierbei handelt es sich um einen russischen Horrorfilm aus dem Jahr 2008. Dieser Film erzählt die Geschichte der japanischen Armee, die während des Zweiten Weltkriegs grausame Menschenversuche an Gefangenen unternommen haben. Der Film enthüllt die schrecklichen Taten der japanischen Einheit 731. Eine Einheit, die chinesische Dörfer überfiel und den Einwohnern die unterschiedlichsten Experimente antat. Der Film hält sich bei seiner Enthüllung nicht zurück und zeigt viele explizite Szenen im Detail. Aber es geht hauptsächlich in dem Film darum, Botschaft und Kritik gegenüber den Japanern oder den japanischen Machenschaften rüberzubringen. Regorgitated Sacrifice. Wie schön. Hier haben wir den dritten Film der Womit Gore Trilogie. Ich habe mich schon gefragt, wo dieser Film bleibt. Dieser Film setzt die Geschichte von Angela Aberdeen fort. Dieses Womit, ich denke die ganze Zeit an diese eine Line, warte mal, ich muss ganz kurz googeln, an diese eine Line von Young Range Rover. Klagenfurt in the House Tonight Lyrics. Kokotai Klagenfurt Lyrics. Warte mal. Wo war das? Da. Noch ein Bollwerk ist der Christian so hin, dass er speibt ins Sackerl vom Mackie Drive-In. Danach ich die ganze Zeit denken müssen, wenn er die ganze Zeit hier Womit Gore sagt. der weiterhin grausame Dinge passieren, während sie von den Geistern ihrer traumatischen Vergangenheit eingeholt wird. Wer braucht schon Trilogien wie der Herr der Ringe? Wenn mich in Zukunft jemand fragt, was meine liebste Trilogie ist, dann erzähle ich allen von der guten Einen Womit Gore Trilogie. Klagenfurt. Willkommen in Ebene 5 und glaubt mir. Okay, was ist da passiert? Was ist da passiert? Ist es der Ellbogen? Es ist der Ellbogen, aber gleichzeitig auch nicht. Außerdem, was ist da hinten? Also wenn wir das hier anatomisch korrekt Moment. Moment. Ah, warte, ich habe Paint sogar offen. Hier, schau mal, ich habe für Sarah und Spooky. Wenn wir das hier anatomisch korrekt machen, dann müssten wir sagen, das ist jetzt, das ist die Frontansicht. Zack, da ist die Couch. Na, das sind die die Arme und da hinten ist irgendwas. Und wenn wir das jetzt von der Seite betrachten, dann ist das quasi die Couch. Das ist jetzt diese Seite. Das ist das quasi die Couch. Dann ist hier der Ding und dann ist hier. Ihr werdet sehen, was ich meine. Ihr werdet sehen, was ich meine. Na? Hä? 100 Prozent. 100 Prozent. Eben hatten wir schon Dutzende grausame Filme und jetzt werden wir noch schlimmer. Das ist Kunst, glaubst du? Noch grausamer und noch verstörender. Ist Creephouse-Elan schon laut? Auf einige Ebenen hier nach vor uns. Oh Gott. Oh Gott. Woman's Flash, My Red Guts. Dieser Film wurde von Tamakichi Anaru gemacht und im Film geht es um Frauen, die gezeigt werden, wie sie sich selbst ihr Leben nehmen. Den zentralen Punkt bildet hier eine Frau, die in Depressionen versinkt, nachdem ihr Ehemann sich von ihr trennt, weil er sich in eine andere verliebt hat. Aus diesen Depressionen heraus fängt sie an, sich selbst zu verletzen und treibt die Selbstverstörung immer und immer weiter voran. Es handelt sich erneut um einen Film, der sich dem Folter-Genre zugeordnet sieht. Dieser Film zeigt die brutalen Szenen in einem VHS-Style und das Gesehene wird dadurch noch mal realistischer. Es handelt sich hierbei aber auch um einen relativ kurzen Film, der nur 50 Minuten lang ist. Ostermontag Ostermontag ist ein Film von Heiko Flipper aus dem Jahr 1991. Es geht hierbei um einen Mann, der sich in eine Frau verliebt und daraufhin sie und ihre Stiefschwester zusammen mit einigen anderen Personen entführt, foltert, missbraucht und ermordet. Okay, irgendwie passt es nicht, dass der Typ, der den Film geschrieben hat, Heiko Flipper heißt. Was wird ein Heiko Flipper für einen Film normalerweise machen? Irgend so eine deutsche Romanze, die aber richtig unangenehm ist. Sehr blutige und brutale Szenen zeigt dieser Film. Er ist definitiv in dieser Ebene gut passend. Echt oder Flipper? Girl Hell 1999 Der Horrorfilm Girl Hell 1999 handelt von einer 17-jährigen Schülerin namens Misaki. Diese junge Frau geht nach der Schule eine Obdachlose besuchen, um ihr Essen zu bringen. Diese Obdachlose hat eine psychische Krankheit und hält so zum Beispiel eine Puppe für ihr eigenes Kind. Der wahre Horror beginnt aber erst immer dann, wenn Misaki nach Hause fährt. Denn sobald sie zu Hause ankommt, wird sie mit dem grauenhaften Alltag ihres Lebens in Kontakt gesetzt. Erneut ein Film mit sehr gore-lastigen Szenen, der aber im Vergleich zu vielen anderen Filmen aus diesem Eisberg eine recht gute Bewertung bekommt. Warum zeigt man nicht mal ein paar Szenen? Weil das Video dann safe gelb wäre, wahrscheinlich. Und weil du das wahrscheinlich auch nicht darfst, glaube ich mal. Also wahrscheinlich würdest du dann einen Copyright-Strike halt bekommen. Und eben, ja, die Beschreibung reicht. Also die ganz krassen Dinge kannst du ja sowieso nicht zeigen. Und der Rest, der wird sowieso auch geclaimt werden. Oh, du hast aufgrund deiner Reaction gestern Abend einen Traumann glücklich gemacht. Selten einen solch glücklichen Menschen gesehen. Deine Reaction auf sein Video war super. Ich persönlich liebste sehr, wenn Menschen sich über Kleinigkeiten vorgehen. Oh, das ist usweet. Ich habe Traumann sogar getroffen auf der Gamescom. Das war voll witzig. Das war voll witzig. Der hat voll die positive Energie. Der Mensch hat mich echt gefreut. Er nicht nur versucht schockierend und blutig zu sein, sondern auch eine recht kunstvolle Story mit unterbringt. Mai-Chan's Daily Life The Movie Mai-Chan's Daily Life ist eine Filmadaption des gleichnamigen Mangas. Dieser Film wurde 2014 veröffentlicht und es geht um ein Dienstmädchen, welches von ihrer sadistischen Herrin misshandelt und missbraucht wird. Neben Gewalt erkundet der Film auch Themen wie Necrophilie und Kannibalismus. Aufgrund vieler brutaler Szenen dieser Thematik hatten viele den Film als eine Verletzung der Grenzen der Filmkunst gesehen und er ist bis heute sehr kritisch angesehen. Kritischer Hase. Eccentric Psycho Cinema Zu diesem Film konnte ich relativ wenig Informationen finden. Was ich finden konnte ist, dass dieser Film aus dem Jahr 1998 stammt und es geht um einen Mann, der eine Frau namens Noriko Kamimura missbraucht und umbringt und daraufhin anfängt, ihre Geschlechtsorgane aus ihrem Körper zu entnehmen, um diese dann in Flaschen zu konservieren und als Souvenirs auszustellen. Mehr Infos kann ich euch leider nicht geben, aber ich denke, mehr Infos sind auch gar nicht unbedingt nötig. Es ist so witzig, wie irgendwer sitzt zu Hause und denkt so, ja, okay, du nimmst dann die Organe raus und was dann? Ah, in Flaschen ausstellen. Und dann ist der Typ, ja, der Typ ist dann halt irgendwann mal zu seinem Kollegen gegangen und hat gesagt, weißt du was, ich habe eine mega gute Idee und der andere hat sich das angehört und hat gesagt, ja, safe. Und dann haben sie den gedreht. Und das passiert. Tumbling Doll auf Flash. Jetzt driften wir irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Ist das passiert? Der normalen Splatter-Horror-Szene ab in die pornografische Splatter-Szene. Tumbling Doll of Flash aus dem Jahr 1998 ist ein japanischer Pinko-Aiga-Film, also ein pornografischer Film. Die Story handelt von zwei Personen, eine Frau namens Kana und ein Mann namens Kiko, die in einem Amateurfilm von zwei Männern mitspielen. Als Kana die Dinge, die sie tun muss, nicht mehr machen möchte, da sie ihr zu viel werden, versucht sie zu fliehen, wird aber von den Männern überwältigt, gefesselt und missbraucht. Was folgt, sind unfassbar verstörende Szenen, die ich nicht mal ansatzweise hier beschreiben möchte. Sagen wir es so, der Film setzt die Story nicht in den Vordergrund, sondern eher die Brutalität. Viele, die den Film sahen, beschrieben ihn als extrem provokant und als pure Perversion. The Necrophiles Bei dem 1997 erschienenen Horrorfilm The Necrophiles handelt es sich um eine Horrorkomödie, in der es um Zombies geht. Und was machen Zombies aus? Verfaulte Haut, rüselige Geräusche, Hunger nach Gehirn. Sie sind voll dumm und meistens slow. Also slowe Zombie-Apokalypse könnte ich safe auch überleben. Könnte ich safe auch überleben. Nicht mega lang, aber schon auch. Aber schnelle Zombies ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und ein sehr hoher Sexualtrieb. Zumindest laut diesem Film. Es geht nämlich letztendlich um einen Zombie, der versucht mit Menschen zu schlafen, weil er horny ist. Die New York Times sagte zu diesem Film, ein Gore-Trash-Fest, das man nur mit eisernem Magen sehen sollte. The Gateway Meet In diesem sehr blutigen Er hatte Hunger auf was anderes. In Splatter geht es um Markus. Kannst nicht kochen, aber Zombie-Apokalypse easy, also wenn die slow sind, was sollen die machen? Die kommen dann zu mir an die Tür und ich, oh nein, um Gottes Willen, gehe ich halt beim Fenster raus. Oder ich traine einfach. Ich traine. Ich habe genug Black Ops 2 Zombies gespielt, dass ich weiß, wie man wie man traint. Also falls du nicht wisst, was das bedeutet, die Zombies, die kommen dann rein und du gehst quasi so eine Runde und sammelst dir alle so auf und die gehen dann alle dir in einer Horde hinterher und dann Raygun und schießt auf ihre Füße. Seine Frau und die siebenjährige Tochter. Sie führen einen recht normalen, harmlosen Alltag, aber folgen alle dem Satan persönlich. Aufgrund ihrer Sekte jagen und töten sie Opfer auf brutale Art und Weise und haben dabei viel Spaß. Doch irgendwann gerät ihr Leben völlig außer Kontrolle. Es ist letztlich ein ziemlich blutiger Film aus 2008, doch im Vergleich zu anderen Filmen dieser Liste ist er nicht sonderlich besonders. The Taming of Rebecca Wenig Informationen waren zu diesem Film zu finden. Es geht aber um ein Schulmädchen, die von zu Hause flieht, weil ihr Vater sie misshandelt. Während sie aber denken, nun in Sicherheit zu sein, bemerkt sie, dass grausamere Dinge immer noch auf sie warten. Die schlimmen Dinge passieren erst, als sie in eine Schule für davongelaufene Kinder flüchtet, um dort Schutz zu finden. Was dann dort passiert, ist allerdings brutal und vielsexualitätsgetrieben. Die Protagonistin wird so zum Beispiel von einer Erotik-Darstellerin verkörpert. Hat er jetzt gesagt, die heißt Angela? Ich hab grad durchgelesen, was da steht. Ich hab grad alles durchgelesen, um zu schauen, ob da irgendwo irgendwas mit Angela steht. Ihr könnt euch also vorstellen, um was sich dieser Film hauptsächlich dreht. Um Angela. Ebene 6. Hat jeder von euch noch seinen Mageninhalt im Magen? Ja? Ja. Sehr gut. Dann schnallt euch an und wir gehen weiter zur nächsten düsteren Ebene. Zeit für neue verstörende Filme. Traces of Death Als nächstes haben wir einen Film aus dem Jahr 1993, der aus unterschiedlichsten Stock-Footage-Szenen besteht, die alle den Tod und reale Gewaltszenen zeigen. Wir haben es also jetzt nicht mehr mit Fiktion zu tun, sondern mit echter, brutaler Gewalt. Es gibt Szenen, wie Leute vom Pferd fallen und sich verletzen, wie Motorräder crashen und wie Leute angeblich von Löwen gefressen werden. Oder auch ein Kiss? Im Fall beim Fallschirmspringen. Dieser Film ist nicht wirklich ein Film. Es ist mehr eine kleine Clip-Show. Faces of Death. Aber ups, die Pannenshow. Schon wieder so ein Film. Wie hieß das? Danny Klose. Danny Klose, einfach Best of. Faces of Death aus dem Jahr 1978 ist ein dokumentationsähnlicher Film, der dem Pathologen Francis B. Grass folgt. Dem Zuschauer werden im Laufe des Filmes viele Aufnahmen von grausamen Todesszenen gezeigt. Zwar sind einige der gezeigten Szenen nicht echt und lediglich gestellt worden, die meisten zeigen aber echten Gore, ähnlich wie bei Traces of Death. Also ich bin auch kein Fan von so Gore und sowas. Also in Filmen, okay, von mir ist das überhaupt kein Problem. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber so echte Gore-Videos und sowas, das würde ich mir nicht anschauen, weil das ist halt einfach nicht meins. Erstens will ich das nicht unbedingt sehen und zweitens sehe ich, ich sehe nicht den, ich weiß nicht, den Unterhaltungswert oder sowas dabei. Ich sehe es ein, wenn du sagst, du findest das interessant, weil es ist interessant zu wissen, was passiert, wenn man vom Motorrad fliegt oder so oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber meins ist es nicht unbedingt, sag ich dir ganz ehrlich. Nee, Being Gore dreht sich, nee, Being Gore dreht sich mir da Magen um. Im Vergleich kann man diesen Film noch eher als Film bezeichnen, ihn angucken würde ich aber nicht empfehlen. Junk Films. Junk Films aus dem Jahre 2008 handelt von einer Kurzdokumentation, die sich der philosophischen Frage stellt, was ist die Bedeutung von Leben und Tod. Was nun erstmal interessant klingt, verliert schnell an Bedeutung, da diese Fragestellung mit Aufnahmen von Gore und Gewalt beantwortet wird. Ich habe euch ja gesagt, dass es grausam wird. Es sind wieder einfach nur grausame, gewalttätige Szenen. Afrika Edio. Afrika Edio ist ein italienischer Dokumentarfilm aus dem Jahre... Oh mein Gott, boah, boah, ich habe hier Angelo, Angelo Rizzoli, haben wir wieder hier Musik bei Rizz. Äh, Angelo. ...166. Es geht in dem Film um die Dekolonisation von Ostafrika. Besonders der Mau-Mau-Krieg in Kenia und der Völkermord an arabischen Sansibaris bei der Revolution von Sansibar wird in den Fokus der Dokumentation gesetzt. Okay. Der Film zeigt zudem Plünderung und auch Hinrichtung. Viele werfen dem Film nicht nur eine verherrlichende Gewaltdarstellung vor, sondern auch Rassismus. So sagte der Filmkritiker Roger Abbott, dass es sich bei Afrika Edio um einen brutalen, unehrlichen und rassistischen Film handelt, der einen ganzen Kontinent und den menschlichen Geist verleumdnet. Roscoe Zambalma. Der spanische Film aus dem Jahre 2001 Roscoe Zambalma zeigt in extrem grafischen Detail, wie eine Leiche konserviert wird. Das ist extrem interessant. Es gibt da so ein Video auf YouTube, also es gibt da generell mehrere solche Videos von irgendwelchen Leuten, die erklären, wie ihr Beruf funktioniert und der ist eben auch so ein, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, auf Deutsch quasi ein so Konservierer oder wie auch immer. Na, so ein Leichenpräparator, was weiß ich, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Also so wie ein Bestatter, nur der halt die Vorbereitungen dafür erledigt und ich könnte das niemals machen. Ich könnte das niemals machen, ja Bestatter, aber Bestatter ist es nicht quasi nur die Aufgabe, den, also quasi das, den Sarg zu befördern und das zuzuschütten oder vielleicht irgendwie auch die Grabpflege oder sowas, ich weiß nicht genau. Wurscht, auf jeden Fall halt so jemand. Und es ist sehr interessant, aber es ist überhaupt nichts für mich, vor allem weil du, okay, die machen alles, okay, okay, weil du eine sehr, sehr enge Beziehung mit dem Tod halt eben dann halt hast und das sehr natürlich für dich ist und ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, ob ich wissen will, wie da, wie da mit dem Menschen so umgegangen wird, also mit denen wird ja nicht schlecht umgegangen, darum geht es mir nicht, nur es ist irgendwie so, du möchtest es nicht wissen, dass jemand gerade eben einen toten Menschen so wäscht oder so mit so einem Schlauch, also so wie so ein Gartenschlauch oder sowas, ähm, keine Ahnung, ist nichts, woran ich gerne denke, sondern das ist einfach, ja, die Menschen, die gehen von uns und dann sind sie im Sarg und fertig. Es geht hierbei um den Konservierer Fräuland Orozco Duarte, der in einer von Verbrechen heimgesuchten Gegend von Bogota lebt und arbeitet. Da der Film so drastisch die Verarbeitung einer Leiche zeigt, ist es definitiv nichts für schwache Nerven. Black Metal Veins Der im Jahr 2012 erschienende Dokumentarfilm Black Metal Veins wurde von Lucifer Valentine erschaffen. Dieser Name sagt euch zwar nichts, aber vielleicht werdet ihr einige seiner vorherigen Werke kennen, denn er ist verantwortlich für die Vomit Gore Trilogie. Ich dachte, wir hätten das hinter uns. Man muss aber sagen, dass in dieser Dokumentation alles etwas anders ist. Es geht nicht einfach nur um das Zeigen von brutalen Zähnen, Blut und Gewalt, sondern es wird auch die Gefahren von Drogen auf dem menschlichen Körper in einem ernsten Detail präsentieren. Stimmt, das ist der Erfinder von Angela, oder? So sehen wir zum Beispiel den Verfall von Abhängigen, die alle möglichen Substanzen zu sich nehmen. Glaubt mir, der Film ist brutal und er ist real, aber man könnte vielleicht streiten, ob er noch einen Mehrwert hat. The Dark Side of Porn Kommen wir zum nächsten Dokumentarfilm, oder besser gesagt einer Dokumentarreihe. The Dark Side of Porn kommt aus Großbritannien und es geht kritisch um die Erotik-Filmbranche. Ich muss aber sagen, soweit ich es herausfinden konnte, haben wir es hierbei mit einer echten, normalen Dokumentation zu tun. Sicher werden sexuelle Dinge gezeigt, aber wirklich verstörend, zumindest nach meiner Recherche, ist dieser Film nicht. Er zeigt nur auf, wie schrecklich diese Industrie wirklich ist. Buried in the Sand Buried in the Sand ist ein amerikanischer Propagandafilm aus 2004. Ich denke, so kann man ihn gut zusammenfassen. Der Film zeigt im krassen Detail brutale Dinge, die irakische Menschen anderen Leuten, meist Amerikanern, angetan haben. Der Sinn hinter dieser gerichteten Dokumentation ist es, den Eingriff der USA im Irak zu legitimieren. Indem man den Zuschauern mit klar gewählten Szenen schockiert und das Gefühl gibt, alles, was Amerika tut, wäre richtig, hoffen die Macher des Filmes dafür, dass die Leute anfangen, den Krieg im Irak zu unterstützen. Ja, okay. Es ist ganz, ganz schlimm. Also generell ist es relativ egal, um welchen Krieg es geht. Es ist immer so, dass die Leute sich zuerst die Frage stellen, wer hat Recht und wer hat Unrecht und nicht, wie kann man das, wie kann man das beenden. So, weil im Endeffekt ist es mir egal, wer gerade Krieg mit wem führt. Es sind nicht die einzelnen Menschen, wie du und ich quasi, die bei dem Krieg beteiligt sind, beteiligt sind, sondern die Leute, die, also die, sorry, nochmal, das sind die Menschen, die effektiv sind, aber die Leute, die für diesen Krieg verantwortlich sind, die sind halt immer noch, die haben ein schönes Zuhause oder die leben, weißt du, im weißen Haus oder die haben überall Security und denen geht es gut und die haben Cash und das ist alles kein Problem. Und im größten Notfall, selbst wenn das Land den Bach runtergeht, dann sind diese Menschen diejenigen, die das Land noch verlassen können und du und ich halt nicht. So, das ist halt das Ding und deswegen, Krieg ist immer ganz schlecht und es geht nicht darum, wer Recht hat und wer nicht, sondern wie man das Ganze beendet. Death File Red Death File Red gehört zu einer ganzen Reihe an recht beliebten japanischen Schockfilmen. Erschienen ist der Streifen im Jahr 1994 und es ist eine Aneinanderreihung von Videoclips, in denen brutale Gorse-Szenen gezeigt werden. Währenddessen ist ein Mann im Hintergrund zu hören, der als Erzähler dient. Aber anstelle eine Story oder so zu berichten, beschreibt er einfach nur ganz genau, was gerade passiert. Warum er das tut, weiß ich nicht. Welchen Mehrwert der Film hat, weiß ich nicht. Er hat keine Story, er soll nur schocken. Diese Art von Film war früher in Japan unfassbar beliebt gewesen. Mondo Kane Ein weiterer Dokumentarfilm und dieses Mal ein italienischer aus dem Jahr 1962 ist der Film Mondo Kane. In dem Film werden Szenen aus aller Welt gezeigt, die den Zuschauer auf zwei Arten treffen sollen. Einerseits sollen sie sehr schockierend sein und andererseits sollen sie unterhalten. Im Zentrum des Filmes steht der brutale Umgang mit Tieren. Zudem sieht man Rituale und Schlachtungen. Laut Wikipedia wird an einer Stelle auch ohne jeglichen Grund eine Szene aus Deutschland gezeigt, in der man stark betrunkene Menschen auf der Reeperbahn in Hamburg sieht. Wenn Payne magt oder was? Er fragt mich einfach nicht, warum. Der, wir nehmen die, wir versuchen den schlimmsten Film überhaupt zu machen. Jo, lass mal Deutschland reinnehmen. Band from Television. Band from Television ist eine, nahe bekannt zu erraten, genau, schockierende Dokumentation aus dem Jahr 1998. Machen wir es kurz. Folgende schockierende Szene ohne Story sind zu sehen. Sehr nett von dir. Polizeieinsätze, Tierangriffe, Exekution, Unfälle und, 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 und. Es gibt so viele Filme dieser Art. Aquivos da Morte Saga. Deutschland hat Schlimmeres zu bieten als die Reeperbahn. Auf jeden Fall. Wie wäre es mit der deutschen Bahn? Oh Gott. An dieser Stelle bin ich ein wenig verwirrt. Erinnert ihr euch noch an die Schockdokumentation Death File Red? Nun ja, dieser Eintrag ist genau das gleiche. Es ist eine brasilianische Firma, die die Rechte an den Death File Film gekauft hat und sie unter neuem Namen in einer anderen Reihenfolge veröffentlichte. So habe ich es zumindest herausgefunden. Deutsche Bahn Horror Film, das wäre mal echt was Geiles. Alpha Kevin. Also ja, erneut random aneinander geschnittenes Szenen von brutalen Dingen, die echt passiert sind. Lassen wir diese Ebene mal ganz, ganz schnell hinter uns. Ebene 7. Na? Habt ihr gedacht, es wird besser? Oh nein. Nein, 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 nein. Boah. Nochmal. Nochmal. Habt ihr gedacht, es wird besser? Oh nein. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Weg zurück von hier. So funktioniert dieser Eiswerk einfach nicht. Bruder, das ist einfach, ey, mehr von euch hat Fifty Shades of Grey gesehen. Ich habe Flashbacks. Oh nein, nein, nein. So funktioniert dieser Eisberg nicht. Lasst uns einfach loslegen. Death to Kufar. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Death to Kufar ist ein 17-minütiger Film, in dem... Schokumentary. Schau dich an. Da geht es um Schokolade oder was? ...die Leute geköpft werden. Machen wir schnell weiter. Guso Milk 1 bis 4. Guso Milk. Ich kann das langsam nicht mehr. Ey, wer hätte Bock auf den Schluck Guso Milk. Ey, Gold Nugget Edition. Die Gold Nugget Edition von Guso Milk. Ja, was geht ab? Ich habe mir gestern... Ja, was geht ab? Hast du gestern... Hast du den neuen Avatar gesehen? Ne, ich habe mir die Gold Nugget Edition von Guso Milk gegönnt. Guso Milk. Von Twisted Danger. Ach, Mandelmilch. Nein, nein, Guso. Guso Milk ist ein weiterer Film mit einigen verstörenden Fetisch-Szenen. So gibt es zum Beispiel eine Szene, die den Film sehr gut beschreibt und recht zentral ist. San und Diener, Wo eine Frau nackt am Boden liegt und mehrere Personen um sie herum angeordnet sind, die durch ihren Rektalausgang mit Milch auf sie schießen. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß nicht warum da Milch in ihnen drin ist. Ich weiß nicht warum sie das tun. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. Sie stillen. UNKB 002 Der Name UNKB Ich bin Mandelwasser, du weißt ja nicht, was für Milk das war. steht für The Urinal Woman. Es ist ein Fäkalien-Fetisch-Film, bei dem eine Frau angepinkelt wird. In keiner Welt wird dieses Video von mir monetarisiert werden. Hey Bruder, wo ist Channel 309 Wozu bin ich hier? Wozu bin ich hier, Bruder? Ich will hier mein Arbeitslosengeld abholen. Ich konnte gar nicht so viel dazu finden. Dieser Film kam im Jahr 2015 in Italien raus und das Einzige, was ich zu dem Film sagen kann, schreibt der Film über sich selbst. Der Film selber sagt über sich noch perverser als je zuvor. Bereits die vorherigen Teile wurden von allen großen Festivals Ja, ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Ich kann euch aber leider nicht genau sagen, worum es in dem Film geht. Vomit Enema Ecstasy 1 und 2 Okay Oh Gott, diese Namen immer. Mama, Mama, was für einen Film gucken wir heute? Oh, Schatz, ich war in der Videothek. Dieser Film sah nett aus. Er heißt Vomit Enema Ecstasy 2 Mit einer genauen Beschreibung des Films muss ich leider wieder enttäuschen. Alles Oh, Mama, Mama. Jo, ich habe hier ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Irgendwas Ogermilk Alles, was ich herausfinden konnte, war, dass es sich hierbei um ein Guso-Wilk Gold-Nagel-Edition Porno handelt. Viel Erbrechen, viel Schmerzen, das Übliche für diesen Eisberg. Ihr müsst wissen, die meisten Filme in den tieferen Ebenen sind nicht so einfach online zu finden. Sie sind selten diskutiert und meist sehr merkwürdig. Daher sind die Informationen spärlich. KT Trilogie KT ist eine japanisch-südkoreanische Filmreihe aus dem Jahr 2002. Und der schaut glitt aus. Es basiert auf der Entführung von Kim Dae-jung durch Agenten von Park Chung-hee im August 1973. Das KT im Film steht hierbei für die Abkürzung Killing the Target. Die Handlung fokussiert sich auf Masuo Tomita, der bei der Entführung Kims mitgeholfen hat. Dieser war nämlich in Tokio im Exil und sollte wieder zurück nach Südkorea gebracht werden. Den Bildern nachzuurteilen gibt es auch hier einige grausame Szenen. Aber soweit ich es herausgefunden habe, gibt es nichts, was diese Platzierung so weit unten rechtfertigt. Aber ich denke mal, der Film wird nicht einfach so hier unten sein. Deswegen werde ich mich wohl irren. Zadi Scream Vol. 1 bis 5 Die Zadi Scream-Filme handeln von Frauen, die von Männern gefoltert und gequält werden. Und dies Presented by Zeus. 60 Minuten. Ah, stabil! 60 Minuten plus 14 Minuten. Ey, geil. Geil. Auch geil. Dieses Mal, by the way, Freunde, welcome back to the second channel. Heute schauen wir den Eisberg mit einer Stunde und einer extra Minute dazu. Stets mit einem grotesken sexuellen Unterton. Ja, okay, aber ist es auch die Gold Nugget Edition? Alle Filme wurden im gleichen Jahr produziert und wer hier jetzt eine tiefgründige Story sucht, der liegt weit, weit, weit daneben. Es ist nur ein weiterer Folter-Fetisch-Film. The Motel Files and other random cuts. Machen wir es kurz. Fetisch-Folter-Kram. Degradierung von Frauen, brutale Szenen, mehr nicht. Sehr gut. Oh, Vaseline, the great pawn swindled. Okay, ganz kurz. Vaseline ist eine, also Real Talk, es ist mir egal, in was für einer heilenden Wirkung ihr sie verwendet. Vaseline ist eine von den ekelhaftesten Sachen. Würdet ihr, okay, Chad, reinschreiben. Für wie viel Geld würdet ihr in einen Pool mit Vaseline jumpen? Aber so, dass ihr jetzt nicht irgendwie ersticken könnt oder sowas, ne? Also da, ihr werdet safe, ihr werdet safe. Aber einfach, Vaseline, durch und durch, 2,50 Euro. Ey, Franzi, Franzi, Dox, du hast deinen Superpreis. 0 Euro. 0 Euro, 1 Euro, 100. Das ist doch viel zu wenig. Okay, 10.000 ist ein bisschen Overkill. Ich zahle 5 Euro für den Döner. Ey, ich würde sagen so 200, 200, weil danach musste ich auch abwaschen und sowas und das ist ekelhaft und dann denkst du so, äh, keine Ahnung. Wobei, es wäre eine coole Story. Mach mal 150, 150. Riecht leicht nach Diesel, stimmt. Wäre auch voll die geile Experience. I don't know. I don't know. Wer bei diesem Titel eine Dokumentation über die Erotikbranche erwartet, der liegt absolut falsch. Es ist ein weiterer Fetisch-Folterfilm. Sehr brutal, sehr pervers, gehen wir weiter. Vance, LaFourca, Squirmfest. Wisst ihr was, ich lese euch einfach die Beschreibung des Filmes vor, die ein Fan im Internet unter dem Film geschrieben hat. Mach mal das. Zuerst isst er einen Teller mit Nudeln und Würmern, bevor er zum Klavierspielen übergeht. Sobald er zum Spielen beginnt, bekommt er einen guten Einlauf und verteilt ihn auf dem ganzen Boden. Dann wird er gezwungen, es zu essen. Aber es kommt noch schlimmer. Es wird eine Reihe von Einläufen gezeigt, bevor es zum großen Finale kommt. Er muss eine riesige Kakerlake, Würmer, Maden und seinen eigenen Urin in einen Mixer tun, das Ganze mischen und dann trinken. Wenn dir von diesem Film nichts schlecht wird, bist du kein Mensch. Ich denke, diese Aussage ist nichts mehr hinzuzufügen. Kuso Limitless. Das war Real Talk. Wieso macht man das? Du musst dir vorstellen, die Leute hätten anstatt diesen Film zu drehen, hätten sie auch einfach Rocket League spielen können. Das hätten die machen können und die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir machen das. Ja, wo ist dieser Tor, wenn man ihn braucht? Ohne Spaß. Kuso ist ein recht neuer Film aus dem Jahr 2018. Es handelt sich dabei um einen Body-Horror-Film. Die Handlung ist wie folgt. Kuso zeigt mutierte Überlebende eines Erdbebens, das Los Angeles zerstört hat. Es wird in unterschiedlichen Szenen über das Erdbeben berichtet. Im Film selbst kommen dann einige surreale, teilweise animierte Szenen, in denen starker Body-Horror gezeigt wird, sprich Go & Co. Bei der Premiere des Films verließen viele Leute Kopfschüttelnd den Filmsaal. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, ist dieser Film weniger schlimm als so manch anderer dieser Liste. Genki Genki 18, 19 und 21. Genki Genki. Eine Frau wird mit einem Fisch und mit lebenden Fröschen missbraucht. Das reicht, mehr sag ich nicht. Missbrauch von Menschen und Missbrauch von Tieren. Darum geht's in Genki Genki. Es gibt häufig Gerüchte, dass Filme aus diesem Eisberg illegal sind. Das man sie nicht anschauen darf. Soweit ich aber herausgefunden habe, stimmt das nicht. Während die Filme der unteren Ebenen absolut nicht angeschaut werden sollten, dass sie keinerlei Mehrwert bieten, sind sie, soweit ich weiß, legal. Aber das ist gerade Kennen Sie den Dongsi Dengsi? Dongsi Dengsi? Den kennen Sie safe. Ihr Lieblingsfilm? Äh, Dirty Dengsi. Den meinen Sie, oder? Entschuldigung, ich hab's akustisch. Dirty Dengsi. Ach, Dirty Dengsi. Dongsi Dengsi, ja. Ja, der ist mein Liebster. Ja, der ist das. Nur meine Vermutung und kein Versprechen. Guckt sie am besten einfach nicht an. Eben. Ach, es gibt noch eine Ebene. Willkommen in der letzten Ebene des Eisberges. Oder das bin ich, nachdem ich Dongsi Dengsi gesehen hab. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Viel Spaß mit den schlimmsten Filmen überhaupt. Ich halte das Eis nicht mehr aus. Emocoe Sexuae Deum Cavallo. Ich hab das definitiv falsch ausgesprochen, aber dieser Film aus dem Jahre 1986 heißt übersetzt Sexuelle Gefühle eines Pferdes. Das verstehe ich. Im Film geht es um Zoophilie, also Verkehr mit Tieren, hauptsächlich einem Pferd. Mehr gibt's nicht zu sagen. Was soll ich euch über die Story erzählen? Es gibt keine Story, es geht um Verkehr mit einem Pferd. Dieser Film hat übrigens eine 5,7 von 10 Sterne Bewertung auf IMDb. Ich frag mich, wer sich diesen Film anguckt und danach sich dachte, ja, war ganz okay. Leeroy. Snuff A73. Gut, ich konnte Gerüchte über diesen Film finden, aber nicht direkt den Film. Und das ist auch besser so. Das schaut voll aus wie ein Kinderfoto von mir. Ey, ich schwör, ich such euch das jetzt raus. Das ist, by the way, das süßeste Foto von mir, das jemals akzeptiert, äh, existiert hat. Warte mal, mein Dad hat mir das safe mal geschickt. Ah, geht schon weiter. Über Snuff A73 gibt es sehr viele Vermutungen, dass er illegal ist. Und zwar, weil er nicht nur echte Gore-Szenen, sondern auch echte Missbrauchsszenen zeigt. Ich führe das Ganze mal nicht weiter aus. Okay. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Cruiser Kinder League. Kinder League Cruiser. Ich hoffe, mich ruft jetzt niemand an. Aber Bruder, das ist das süßeste Foto von mir, was jemals existiert hat. Oh, na ist das süß. Na ist das süß. Und was für ein Flyer-Fit, was für ein Flyer-Fit, um Gottes Willen, Alter. Das war so sick. Schau mal, was wie das Bild. Ich würde euch allein aus rechtlichen Gründen empfehlen, diesen Film nicht zu suchen. Registros Fatais 3. Ich war nie wieder so süß wie da. Und wir machen weiter mit einem Film, der einfach nur grausame Szenen zeigt, die aneinandergereiht wurden. Szenen? Verstümmelung, Köpfung und andere grausame Dinge werden in diesem Film Menschen angetan. Auch gibt es eine Szene aus einem Schlachthaus für Kameler. Ich habe online gelesen, dass dieser Film angeblich Kindern gezeigt wurde, um ihnen den Horror von Tierquälerei zu zeigen. Ich sage es ganz ehrlich. Also ganz kurz, was, also Schlachthaus für Kamele? Ist das so ein Thing? Kein Kind auf der Welt sollte auch nur in die Nähe dieses Filmes kommen. Most Disturbed Person on Planet Earth 1 bis 3 Ein weiteres Schock-Video-Mixtape. Eine Aneinanderreihung von verstörenden Gore-Videos aus dem Internet. Nichts Besonderes, nichts, was wir nicht schon hatten. Nächster Film. Fetus Munchers Vol. 1 und 2 Ich habe online die Hülle des Filmes Fetus Muncher 1 und 2 das Mixtape gefunden. Ich möchte euch einmal kurz sagen, dass auf der Hülle steht, dass dies die Sick and Twisted Fuck Edition ist. Im Internet gibt es einige Gerüchte, dass eine angebliche Cheese-Pizza-Szene in diesem Film vorkommt. Und ich weiß nicht, Achso, Achso, Cheese-Pizza, ja. Genau, was damit gemeint ist. Ich glaube, CP steht hierbei für was anderes. Aber soweit ich heraus... Für Creepypasta, oder? ...s finden konnte, ist es einfach eine weitere Aneinanderreihung von Gore-Videos. Ich weiß, ich höre mich gerade wie eine hängengebliebene Schallplatte an, aber er gibt dem Eisberg die Schuld, dass so viele Aneinanderreihungen hier einfach nur sind. Ich kann da nichts dafür. F-U-B-A-R oder FUBAR. Es gibt drei Filme, die FUBAR heißen. Film 1, ein normaler Film mit Arnold Schwarzenegger, der ist vermutlich hier nicht gemeint. Film 2, eine Gruppe von Freunden machen einen Ausflug während eines Zombie-Warnungstests, dabei töten sie als Zombies verkleidete Menschen. Es gibt einige blutige Szenen, aber nichts Besonderes. Und Film 3, und dieses vermutlich der gemeinte Film, FUBAR, der verbotene Film aus dem Jahr 2022. Dieser Film ist harmlos. Einige Szenen von Gebäuden, einem Mann in einer Pest-Doktor-Maske und Naturaufnahmen mit einem seltsamen Filter. Es heißt, dass dieser Film angeblich in den tiefsten Tiefen des Darknets gefunden wurde, nachdem er mal verboten wurde. Dafür finde ich aber keinerlei Beweise. Ich glaube, FUBAR ist einfach nur eine urbane Legende aus dem Internet und kein echter Film. Schließlich geht das aufgetauchte Video nur knapp vier Minuten. Kein Ohrhasen, das eben ist. Ja, glaube ich auch. Da hatten wir gerade mal wieder ein bisschen etwas mit Inhalt, etwas, worüber man reden kann. Kartoffelsalat. Und jetzt kommen wir direkt zur Orgrish Collection. Was soll ich euch sagen, Leute? Ansammlung von Gore-Videos aus dem Internet, die aneinandergereiht wurden. Es gibt unzählige davon und sie haben auch immer noch mehrere Teile. Diese Filme, so schrecklich und verstörend sie sind, verkaufen sich scheinbar überraschend gut. Was ich euch sagen kann, ist, dass die Orgrish Collection vermutlich um das Jahr 2005 herum erschaffen wurde. Das sind Es ist Bruder vor Luder Bros before Hose Das ist ein Banger. Ich weiß nicht, was ich alle wichtigen neuen Informationen, die ich euch leider geben kann. Das war so ein dummer Film, Alter. Porn, Gore Volume 1 und 2. Okay, bevor wir das machen, bevor wir das machen, ganz kurz, Bruder vor Luder. Habt ihr den Film gesehen? Gottes Willen, Gottes Willen, so funny. Da verliebt sich der eine Loch, der eine Lochie in eine, in ein Girl. Und der andere will ihn sabotieren, will die Liebe salutieren, sabotieren, weil die eine Lügnerin ist und weil die nicht gut für ihn ist und so. Und da sind dann so Szenen dabei, da ist er zum Beispiel im Restaurant und hat ein Date mit ihr. Und der andere Lochie gibt in seinen Drink oder in sein Essen oder sowas Apfelmittel. Gottes Willen. Und dann sitzt er so da in so einem Restaurant und oh, ich muss mich gleich anscheißen und sowas. und dann geht er so aufs Klo und also rennt so hin und setzt sich aufs Klo und scheißt Vollgas in seine eigene Hose, weil er vergessen hat, sich die Hose runterzuziehen und dann muss er die und dann zieht er sich die Hose aus und wäscht die so beim Waschbecken und sowas. Und ich denke mal, wer hat denn den Film directed, finishing, moved down für den Prime Sub? Zwei. Das war ein Wahnsinn. Der letzte Eintrag des Eisberges. Ich würde gerne auf einer besonderen Mut hier enden. Danke. Stattdessen lasst es uns einfach gemeinsam sagen. Porn Gore Vol. 1 und 2 ist eine Aneinanderreihung von Gore-Videos aus dem Internet mit der puren Intention, den Zuschauer zu schockieren. Es gibt keine Storys. Die Videos sollen schlecht aneinandergeschnitten sein, schlecht bearbeitet sein und ganz ehrlich, guckt es euch einfach nicht an. Es gibt da draußen so viele wirklich gute Horrorfilme und es gibt selbst gute Horrorfilme, die überhaupt nicht bekannt sind oder nicht groß bekannt sind. Also macht euch auf die Suche nach normalen Filmen und verschwendet nicht eure Zeit mit solchem Dreck. Es lohnt sich einfach nicht. Der Front. Und das waren sie. Das waren alle verstörende Filme aus diesem gruseligen Eisberg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr guckt abseits der ersten Ebenen euch keinen dieser Filme an. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei was auch immer ich mache. Ich gehe mir jetzt die Augen ausreißen oder ich gucke meine liebste Trilogie. Bis dahin aber. Tschüss. Ey, Shoutout. Shoutout. Schaut bei Creepasterlunch vorbei. Was ein wunderschöner Eisberg, der aber wirklich also Filme ohne Ende für jedermann, für jede Familie und so. Interessant. Interessant. Ich sage es mal so. Aber freut mich, dass ich trotzdem dabei war und dass ich die ruhigeren Ebenen genossen habe. Und da bist du